Naja Das ist ja neuest ist das Trigget jetzt schon stacked Das ist weg, der ist in combat Nett Ich hab Priders angezogen jetzt Jo, wenn ihr oft steigt, Priders anziehen Ich hab's wegen dem Trigget an Naja, trotzdem Dodgen Ah fuck, sorry, noch Ist heute vergeben Socken Blades wieder Ah ne, jetzt kommt der erstmal rauslaufen Glash Trink, Main Geht wieder auf eure Position Gleich kommt wieder auseinander Der Stein Dodgen Pass auf Schnichi, ich renne gerade aus Jetzt dodgen Ganz weiter links Entziehen die Maden Maden auch links ziehen Jetzt müsste Soaken kommen, ja Soaken 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 Ich hab den richtig klauen nicht vor Hüffig Hier nicht von plates treffen lassen Milis aufpassen Du gehst wieder auf den boss Und da hat sich wieder ein Milis treffen lassen Da würde keine zone spawnen Wenn sich die Milis nicht treffen lassen Dodgen Switchen, wenn's geht Wir haben Und wieder ein Gut Weg vom Boss Macht der viel DPS Ne Ne Dann lass den fliegen Der Meister ist danach Gut Hier schön die Blades spielen, lass dich nicht treffen Gleich Soaken, jetzt Soaken Wie viel Energie hat das Add? Wie viel Energie hat das Add? Gib doch mal Feedback, wenn er so 80 hat Jetzt hat er 80 Okay, es kommt doch vorher wahrscheinlich Geht auseinander Ja Und jetzt auf das Add Und ja Stellung, blaze, mich nicht treffen lassen Iron Buck auf Nabi Switchen Boss wieder Muss einmal rüber antragen Weg vom Boss jetzt Jetzt macht Maidom Gleich wieder auseinander Geht auseinander jetzt Sacrifice auf Nabi Soaken Soaken, soaken, soaken Nein, das ist ja Get out Wie viel hat das Add? Wir haben 70 Wir haben 70 Er sagt das, ne? Ja Wir müssen vorher noch Dodgen Und dann noch das Add Geht auseinander Dodged Und dann gehen wir mit Add wahrscheinlich Hat jetzt 96, Control Und Add? Ja Erstmal Dodgen Nein, 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 nein Das muss noch zum neuen Strahlen Okay, passt Das geht sich nicht mehr so aus Das geht sich aus, ja Ja Äh Retzt mal dann, die haben 2 Bälle Resses Das ist ja auch da Wieder das Add Können wir retten Ja, nachdem wir jetzt Weg vom Boss Ah, ihr hättet den da wegziehen müssen Zieht den, zieht den mit? Zieht den mit? Zieht den mit? Der kann doch Ne, den kann man bewegen Aufs Add weiter Ja, warum hattest du nicht Demain? Anbarst, Jerry Anbarst, Jerry Anbarst, Jerry Anbarst, Jerry Anbarst, Jerry Ich will ein bisschen Bitschen Das ist ja auch Touchdowns, sage es Zaukel Da Ben Dann wärst du mit Krampus oder? Blades Ne Ne, nicht mehr so... Ja doch, krampus einfach weiter Das stimmt eh nicht vorher Bewegen Ironbark von MyDreamBotorff, Mavi Zwei Leute im Kessel Jetzt gleich so Maiden 80 80 okay dann müssen wir gleich die Blades Okay das ist easy Blades und Maiden Fokus Geht schonmal zum Maiden Nach dem Soken Zum Maiden Maiden Danach gehen wir in den Übergang Erstmal die Maiden Fokus Zieht die Blades Zieht die Blades Wir müssen nicht so weit nach hinten Waren die CDs auf, nix usen Oh oh, zieht was, zieht was, wir kriegen Fall Damage und so Echt? Okay Dann nochmal alle toppen Keeper, wenn ihr nicht voll seid Das ist genug Zeit gewesen Habt ihr gut gespielt, was habt lange gebraucht, bis der Übergang gegangen ist Jetzt sind die, ich zieh ihn jetzt in die Mitte Ja, macht das wie eben Nicht genau in die Mitte, bisschen rechts von der Mitte Das war glaube ich eben auch Ich sag das an, wenn ihr Solo nehmt Noch ein bisschen der Dagmar kommt gleich So müsste es doch passen Hm, weiß nicht, ich Okay Lauf mal ein bisschen in die Lava und zieh ihn richtig an den Rand Ich glaube das war auch nach einer anderen Position Das ist nicht im blauen Kreis Geht zusammen Im Solo Okay, gebt hier wer Xax ist, wer es ist Jetzt müssen wir weg vom Ed Weg vom Boss meine ich Mei, mach Trank, Mei mach Trank, Mei mach Trank Mach schon Trank Weg vom Boss jetzt Weg vom Boss jetzt Wo ziehst du den hin? Stack mal hier irgendwo bei X Hier auf die Kante, Mr. Trank, Mr. Trank Recht auf die Kante, okay Hier bei X an Ist er? Seid super eng hier Seid super eng hier Es ist so fett im Dolo Ja, ich bin hier Ranges geht zu Lok rein Hab noch kein Rats Ratsen Was auf die Knoll? Pottet mal Pottet mal Vielleicht kommt wieder Reality Hm Immer noch kein Rats, hallo? Nee, aber ich lieg hier im Camp Also... Nächste sind wir Soft-Ice Weg vom Boss Ah, warte mal schnell raus Sind jetzt Safe CDs Kannst auch wieder Spirit Link Stack bei X decken, bei X decken Ja Oh, wieder auf die Kante Ja, das sehen wir wieder auf den Bausporn Ja Ich zählte auch an Master-Ice Soft-Ice Du bist der Letzte dann Geht noch Solo? Ja Das war jetzt der dritte Kass, oder? Jetzt Hey, sag mal, wo kommt Geht einfach sterben, oder was? Wenn ihr Safe CDs habt Wieder Wir haben vielleicht wieder an Rats Wir haben in 4 Rats Darkness random-usen Der Red Stacks ist Sacrifice of Nabi Deck vom Boss Deckt hier wieder bei X Aber der wird liegen, der wird liegen Der wird liegen I love you all I love you all Haukt noch schön Ich sterb einfach, ich sterb einfach Ja, ich sterbe Sterben Sterben Na, ist ein guter Job Ich weiß Ja, jetzt schnell umloggen Also wenn ihr keinen Loop braucht Äh, ja Die Twinks auf jeden Fall schon mal umloggen Mit Briders hat das Ding fast Die ganze Zeit Du, bitte check it, bitte check it Fuck you AP Lass jetzt schnell auch mit Gruppe 1 Die Bosse klatschen Machen wir auch ohne Socials Wir machen einfach nur die Mains Darkjafk Also ich mein Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin